Willkommen zum zweiten Teil unserer Entdeckungstour im Historischen Museum in Bern. Heute suchen wir als erstes das Hühnerhautobjekt für die Kinder. Was elektrisiert in diesem Haus die jungen Besucherinnen und Besucher? Das möchte ich herausfinden. Und wer das sicher weiss, ist die Chefvermittlerin Aline Minder. Was macht die Museumsvermittlerin genau? Ich bin in erster Linie dafür zuständig, die spannenden Geschichten hinter unseren Objekten einem Publikum zugänglich zu machen und mit diesem Publikum auch in Gespräche zu kommen. Zu denen gehören sicher Erwachsene, aber natürlich auch Jugendliche und vor allem auch Kinder. Und was sind jetzt die Hühnerhautobjekte der Kinder? Da gibt es sicher einige. Spontan kommt mir hier zum Beispiel eine ägyptische Sarkophage mit einer Mumie drin, die man sagt, sie ist spooky. Oder zum Beispiel der riesige Kopf von Christoffel, den in Bern jedes Kind kennt, weil eine Kopie davon in der Bahnhofsunterführung hängt. Aber dort, wo es so ein richtig wohliges Tschuderen gibt, denke ich, ist, wenn man mal so einen Ritterhelm anprobieren oder anlängen darf. Wir haben hier eine Kiste und man die Aufsicht ganz lieb fragt, dann stellt sie einem diese auf. Hier drin haben wir verschiedene Ritterhelme, unter anderem dieser. Und ich gebe dir das mal, dann siehst du, wie schwer es da überhaupt werden kann. Aline, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, mit dir das Haus zu erkunden, ist ja ein Haus für Bernkompetenz. Was ist denn das typischste Bernerobjekt in diesem Museum? Das zeige ich dir gerne. Das hier ist sicher ein typisches Bernerobjekt und auch eines meiner Lieblingsobjekte. Und zwar sieht es etwas aus wie ein Ratten, aber es ist nichts anderes als der letzte Bär vom alten Bern. Wie ist denn das gekommen? Ja, die Geschichte erzählt man sich so. Die Bern war früher sehr mächtig und sehr stark. Kurz daraufhin kam es in Frankreich zu einer Revolution. Napoleon und seine Truppen sind Richtung Schweiz marschiert und haben Bern vernichtet und geschlagen. Obwohl Bern sich natürlich sehr gewehrt hat. Und daraufhin haben Napoleon seine Truppen die Bären aus dem Bärengraben entführt und nach Paris gebracht. Eine grosse Schmach wahrscheinlich. Genau. Man kann sich vorstellen, die Bern waren schon sehr stolz für ein Wappentier. Aber eines haben sie übersehen und zwar das Bärenbaby hier. Jemand hat es gefunden und es ausgestopft und mit einem Schild und einem Schwert trappiert. Und es soll bis heute eigentlich an die alte grosse Zeit von Bern erinnern. Also das ist ganz sicher der berühmteste Bär hier im Museum, oder? Ja. Aber wer ist denn eigentlich der berühmteste Berner, den man hier kennenlernen kann? Ich würde ganz klar sagen Albert Einstein. Albert Einstein ist Berner? Ja, er hat immer in sieben Jahren in Bern gelebt und wir haben ihm eine ganze Ausstellung gewidmet. Hier in Bern hat Albert Einstein ein paar von seinen wichtigsten Arbeiten publiziert. Zum Beispiel die allgemeine Relativitätstheorie oder die Formel, die jedes Kind kennt, E gleich mc². Und diese Arbeiten waren die, die das Verständnis von Physik revolutionierten und auch unser Weltbild auf den Kopf gestellt. Und er war schon Professor, der Uni? Nein, das kann man so nicht sagen, weil seine akademische Karriere ist ziemlich harzig verlaufen. Er hat zwar viel selber gepforscht und auch publiziert, hat aber gleichzeitig noch eine junge Familie zu Hause gehabt. Er hat noch am Patentamt gearbeitet, sehr viel. Seine erste Vorlesung als Privatdozent durfte er erst ein paar Jahre später halten. Und wir haben hier sein Vorlesungsverzeichnis, das ich gerne mit dir anschauen würde. Und zwar sieht man hier von wann bis wann, dass die Vorlesung stattgefunden hat. Und zwar am Morgen um 7 Uhr, da hat sie angefangen bis um 8 Uhr. Und was man auch sieht, sind die Anzahl Zuhörer, die teilgenommen haben. Das ist keine längere Reihe. Nein, das sind genau drei Leute. Und zwar zwei von seinen besten Freunden und ein Arbeitskollegen aus dem Patentamt. Können wir also sagen, Bern war das Karrieresprung für einen Einstein? Weil nachher ist eine Kappe wie eine Rakete. Wenn man bedenkt, dass die Leute später Schlangen gestanden sind für seine Vorlesungen zu hören, dann ist es doch recht amüsant zu sehen, wie das angefangen hat. Dann wäre es ja auch am Morgen um 7 Uhr gekommen. Ja, das denke ich. Die nächste Folge der Entdeckungsdauer führt uns in ferne Länder, weit weg von Bern und an verbottene Orte, wo Besucher nie herkommen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn es heisst, auf eine Deckungstour mit dem neuen Direkler. Die nächste Folge der Entdeckungsdauer Die nächste Folge der Entdeckungsdauer